2000 Euro sind im Community Depot investiert und das heute ist mal ein kleines Update. Hi Leute, Aktie Millionär mit dem Community Depot hier. Du darfst den Kanal gerne kostenfrei abonnieren und dann bist du bei unserem Portfolio und beim Community Depot immer aktuell und kannst uns auch deine Fragen in deinen regelmäßigen Livestream schicken. Dafür gerne auch dieses Video mal liken. Die Einzelaktien, ich zeige es euch einfach im Hintergrund ganz kurz. Die meisten Aktien behandeln wir auf dem Kanal sowieso ohnehin sehr sehr oft und da gibt es auch in nächster Zeit zu den einzelnen Aktien nochmal Updates. Alle Aktien, Einzelaktien zumindest momentan im Minus, ETFs fast alle im Plus, MSCI World als Basis. Da bin ich ja noch so ein bisschen überlegen, ob ich die nächste Sparsumme mal etwas anders aufteile. Schreibe mir in die Kommentare, wie ich das Ganze machen soll. Und hier unten natürlich die Kryptowährungen und Ethereum und Bitcoin ziehen aktuell das Depot etwas nach oben. Natürlich etwas nach oben ist noch gut gesagt. Es sind jetzt 2010 Euro, also ungefähr 1% nach oben. Und hier oben gibt es auch nochmal eine sehr sehr schöne Übersicht. 24% Aktien, 65% bei ETFs, 10% Kryptos und unter 1% Cash. Und wenn du dir 25 Euro Cash sichern willst, dann melde dich doch gerne mal bei Finanznet Zero an. Da hast du einen Broker mit günstigen Konditionen. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir auf unserer Community Page. Die ist in unseren Profilen verlinkt. Da findest du wirklich alles Weitere. Kannst dir auch fort mal das Preis-Leistungs-Zeichen durchlesen. Ich würde mich freuen, dass du auch in Zukunft Gebühren sparst. Und wenn du beim Community Depot dabei bist, wenn du besondere Fragen hast, dann pack die jetzt auch sehr gerne in die Kommentare.